Sura 8 Al-En-Fal, die Beute, offenbart zu Al-Madina 75 Ayat Im Namen Allahs des Al-Erbamas des Barmherzigen Sie fragen dich nach der Beute, sprich, die Beute gehört Allah und dem Gesandten. Darum fürchtet Allah und ordnet die Dinge in Eintracht unter euch und gehorcht Allah und seinem Gesandten, wenn ihr Gläubige seid. Gläubig sind wahrlich diejenigen, deren Herzen erbeben, wenn Allah genannt wird und die in ihrem Glauben gestärkt sind, wenn ihnen seine Verse verlesen werden und die auf ihren Herrn vertrauen. Das sind jene, die das Gebet verrichten und von dem spenden, was wir ihnen gegeben haben. Diese sind die wahren Gläubigen. Sie genießen die hohe Wertschätzung ihres Herrn sowie Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung. Dies genauso, wie dein Herr dich in gerechter Weise aus deinem Hause führte, während ein Teil der Gläubigen abgeneigt war. Sie streiten mit dir über die Wahrheit, nachdem sie ihnen doch deutlich kund geworden ist, als ob sie in den Tod getrieben würden und ihn vor Augen hätten. Und damals verhieß Allah euch von einer der beiden Scharen, sie solle euch zufallen. Und ihr wünschtet, dass diejenige ohne Kampfkraft für euch bestimmt sei. Allah aber will, dass die Wahrheit durch seine Worte vollbracht werde und dass die Wurzel der Ungläubigen ausgerottet werde. Damit er die Wahrheit an den Tag bringe und den Trug zunichte mache, mag es den Sündern auch zuwider sein. Da ihr zu eurem Herrn um Hilfe schriet und er euch erhörte und versprach, ich will euch mit 1000 Engeln nacheinander beistehen. Allah sagte dies nur als frohe Botschaft, damit eure Herzen sich beruhigten. Jedoch die Hilfe kommt von Allah allein. Wahrlich, Allah ist erhaben allweise. Denn er ließ den Schlaf als eine Sicherheit von ihm auf euch niedersinken. Und er sandte Wasser auf euch aus den Wolken nieder, um euch damit zu reinigen und Satans Befleckung von euch hinwegzunehmen, auf das er eure Herzenstärke und eure Schritte festigte. Da gab dein Herr den Engeln ein, Ich bin mit euch, so festigt denn die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen werde ich Schrecken werfen. Trefft sie oberhalb des Nackens und schlagt ihnen jeden Finger ab. Dies war so, weil sie Allah und seinem Gesandten trotzten. Wer aber Allah und seinem Gesandten trotzt, wahrlich, Allah ist streng im Strafen. Dies sollt ihr kosten und wisst, dass für die Ungläubigen die Feuerspein bestimmt ist. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr auf die Ungläubigen stoßt, die im Herzog vorrücken, so kehrt ihnen nicht den Rücken. Und derjenige, der ihnen an solch einem Tage den Rücken kehrt, es sei denn, er schwenke zur Schlacht oder zum Anschluss an einen Trupp an, der lädt wahrlich Allas Zorn auf sich. Und seine Herberge soll Jahannam sein. Und schlimm ist das Ende. Nicht ihr habt sie erschlagen, sondern Allah erschlug sie. Und nicht du hast geschossen, sondern Allah gab den Schuss ab. Und prüfen wollte er die Gläubigen mit einer schönen Prüfung von ihm. Wahrlich, Allah ist allhörend, allwissend. Dies und wisst, dass Allah die List der Ungläubigen kraftlos machen will. Verlangt ihr eine Entscheidung, dann ist die Entscheidung schon zu euch gekommen. Und wenn ihr absteht, so ist es besser für euch. Kehrt ihr jedoch zur Feindseligkeit zurück, werden auch wir zu ihr zurückkehren. Und eure Menge soll euch nichts nützen, so zahlreich sie auch sein mag. Denn wisst, dass Allah mit den Gläubigen ist. O ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und seinem Gesandten und wendet euch nicht von ihm ab, während ihr zuhört. Und seid nicht wie jene, die sagen, wir hören und doch nicht hören. Wahrlich, als die schlimmsten Tiere gelten bei Allah die Tauben und Stummen, die keinen Verstand haben. Und hätte Allah etwas Gutes in ihnen erkannt, hätte er sie gewiss hörend gemacht. Und wenn er sie hörend macht, so werden sie sich in Widerwillen wegwenden. O ihr, die ihr glaubt, hört auf Allah und den Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, das euch Leben verleiht und wisst, dass Allah zwischen den Menschen und sein Herz tritt und dass ihr vor ihm versammelt werdet. Und hütet euch vor einer Drangsal, die gewiss nicht bloß die unter euch treffen wird, die Unrecht getan haben, und wisst, dass Allah streng im Strafen ist. Und denkt daran, wie wenige ihr wart, im Land als schwach galtet, in Furcht lebtet, die Leute könnten euch hinweg raffen. Er aber beschirmte euch und stärkte euch durch seine Hilfe und versorgte euch mit guten Dingen, auf das ihr dankbar sein möget. O ihr, die ihr glaubt, handelt nicht untreu gegenüber Allah und dem Gesandten, noch seid wissentlich untreu in eurer Treuhandschaft und wisst, dass euer Gut und eure Kinder nur eine Versuchung sind und dass bei Allah großer Lohn ist. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, wird er euch Entscheidungskraft gewähren und eure Übel von euch nehmen und euch vergeben. Und Allah ist voll großer Huld. Und damals schmiedeten die Ungläubigen gegen dich Pläne, dich gefangen zu nehmen oder dich zu ermorden oder dich zu vertreiben. Sie schmiedeten Pläne, aber auch Allah schmiedete Pläne. Und Allah ist der beste Planschmied. Und wenn ihnen unsere Verse verlesen werden, sagen sie, wir haben es gehört. Wollten wir es, könnten wir gewiss derartiges äußern, denn das sind ja Fabeln der früheren. Und da sagten sie, O Allah, wenn dies wirklich die Wahrheit von dir ist, dann lass Steine vom Himmel auf uns niederregnen oder bringe eine schmerzliche Strafe auf uns herab. Allah aber wollte sie nicht bestrafen, solange du unter ihnen weiltest. Noch wollte Allah sie bestrafen, während sie um Vergebung baten. Aber warum sollte Allah sie nicht bestrafen, wenn sie die Gläubigen von dem Besuch der Heiligen Moschee abhalten, wo sie doch nicht deren Beschützer sind? Ihre Beschützer sind nur die Gottesfürchtigen, jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht. Und ihr Gebet vor dem Haus ist nichts anderes als Pfeifen und Händeklatschen. Die Ungläubigen geben wahrlich ihr Vermögen dafür aus, um von Allahs Weg abzuhalten. Sie werden es ausgeben, dann aber werden sie darüber jammern, und dann werden sie besiegt werden, und die Ungläubigen werden in Jahannem versammelt werden, auf das Allah die Bösen von den Guten scheide, und die Bösen einen zum anderen und sie alle zusammen auf einen Haufen versammle und sie dann in Jahannem werfe. Diese sind wahrlich die Verlierer. Sprich, zu denen, die ungläubig sind, dass ihnen das Vergangene verziehen wird, wenn sie von ihrem Unglauben absehen. Kehren sie aber zum Unglauben zurück, dann wahrlich ist das Beispiel der Früheren schon dagewesen. Und kämpft gegen sie, damit keine Verführung mehr stattfinden kann, und kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Stehen sie jedoch vom Unglauben ab, dann wahrlich sieht Allah sehr wohl, was sie tun. Und wenn sie euch den Rücken kehren, dann wisst, dass Allah euer Beschützer ist. Welch bester Beschützer und welch bester Helfer ist er. Und wisst, was immer ihr erbeuten möget, ein Fünftel davon gehört Allah und dem Gesandten und der Verwandtschaft und den Weisen, und den Bedürftigen und dem Sohn des Weges. Wenn ihr an Allah glaubt und an das, was wir zu unserem Diener niedersandten am Tage der Unterscheidung, dem Tage, an dem die beiden Heere zusammentrafen. Und Allah hat Macht über alle Dinge. Damals, als ihr auf dieser Seite des Tales wart und sie auf jener Seite und die Karawane tiefer war als ihr, und hättet ihr etwas verabreden wollen, wäret ihr uneins über den Zeitpunkt gewesen. Doch das Treffen wurde herbeigeführt, damit Allah die Sache herbeiführte, die geschehen sollte. Und damit diejenigen, die dabei umkamen, aufgrund eines klaren Beweises umkämen. Und diejenigen, die am Leben blieben, aufgrund eines klaren Beweises am Leben bleiben würden. Wahrlich, Allah ist allhörend, allwissend. Damals, als Allah sie dir in deinem Traum in geringer Anzahl zeigte. Und hätte er sie dir in großer Anzahl gezeigt, wäret ihr sicherlich Versager und über die Sache uneins gewesen. Allah aber bewahrte euch davor, wahrlich, er kennt wohl, was in den Herzen ist. Zur Zeit eures Treffens geschah es, dass er sie in euren Augen als zahlenmäßig gering erschienen ließ und euch in ihren Augen als zahlenmäßig gering erschienen ließ, auf das Allah die Sache herbeiführte, die geschehen sollte. Und zu Allah werden alle Angelegenheiten zurückgebracht. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr auf eine Schar stoßt, so bleibt fest und denkt eifrig an Allah, auf das ihr erfolgreich sein möget. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Und hadert nicht miteinander, damit ihr nicht versagt und euch die Kampfkraft nicht verlässt. Seid geduldig, wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Und seid nicht wie jene, die prahlerisch und, um von den Leuten gesehen zu werden, aus ihren Wohnstätten auszogen und die von Allahs Weg abhalten. Und Allah umfasst das, was sie tun. Und da ließ Satan ihnen ihre Werke als wohlgefällig erscheinen und sagte, keiner unter den Menschen soll heute etwas gegen euch ausrichten können. Und ich bin eure Stütze. Als jedoch die beiden Herrscharen einander ansichtig wurden, da wandte er sich auf seinen Fersen um und sagte, ich habe nichts mit euch zu schaffen. Ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah und Allah ist streng im Strafen. Da sagten die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit war, ihr Glaube hat diese da hochmütig gemacht. Wer aber auf Allah vertraut, siehe, Allah ist erhaben allweise. Könntest du nur sehen, wie die Engel die Seelen der Ungläubigen hinwegnehmen, während sie ihnen Gesicht und Rücken schlagen und sprechen, kostet die Strafe des Verbrennens. Dies geschieht um dessen Willen, was eure Hände euch vorausgeschickt haben. Und wisst, dass Allah niemals ungerecht gegen die Diener ist. Es wird ihnen wie den Leuten Pharaos und denen ergehen, die vor ihnen waren. Sie glaubten nicht an die Zeichen Allahs. Darum bestrafte Allah sie für ihre Sünden. Wahrlich, Allah ist allmächtig und streng im Strafen. Dies ist so, weil Allah niemals eine Gnade ändern würde, die er einem Volk gewährt hat. Es sei denn, dass es, das Volk, seine eigene Einstellung änderte und weil Allah allhörend, allwissend ist. Es wird ihnen wie den Leuten Pharaos und denen ergehen, die vor ihnen waren. Sie hielten die Zeichen ihres Herrn für eine Lüge, darum ließen wir sie zugrunde gehen, um ihrer Sünden willen. Und wir ertränkten die Leute Pharaos, sie alle waren Frevler. Wahrlich, schlimmer als das Vieh sind bei Allah jene, die ungläubig sind und nicht glauben werden. Es sind jene, mit denen du einen Bund geschlossen hast. Dann brechen sie jedes Mal ihren Bund und sie fürchten Allah nicht. Darum, wenn du sie im Krieg anpackst, verscheuche mit ihnen diejenigen, die hinter ihnen sind, auf das sie ermahnt seien. Und wenn du von einem Volk Verrat fürchtest, so verwirf den gegenseitigen Vertrag. Wahrlich, Allah liebt nicht die Verräter. Lass die Ungläubigen nicht meinen, sie seien uns entkommen. Wahrlich, sie können nicht siegen. Und rüstet gegen sie auf, so viel ihr an Streitmacht und Schlachtrossen aufbieten könnt, damit ihr Allahs Feind und euren Feind und andere außer ihnen, die ihr nicht kennt, abschreckt. Allah kennt sie alle. Und was ihr auch für Allahs Sache aufwendet, es wird euch voll zurückgezahlt werden. Und es soll euch kein Unrecht geschehen. Und wenn sie jedoch zum Frieden geneigt sind, so sei auch du ihm geneigt und vertraue auf Allah. Wahrlich, er ist der Allhörende, der Allwissende. Wenn sie dich aber hintergehen wollen, dann lass es dir an Allah genügen. Er hat dich mit seiner Hilfe und mit den Gläubigen gestärkt. Und er hat zwischen ihren Herzen Freundschaft gestiftet. Hättest du auch alles aufgewandt, was auf Erden ist, du hättest doch nicht Freundschaft in ihre Herzen zu legen vermocht. Allah aber hat Freundschaft in sie gelegt. Wahrlich, er ist erhaben allweise. O Prophet, Allah soll dir vollauf genügen und denen, die dir folgen, unter den Gläubigen. O Prophet, feuere die Gläubigen zum Kampf an. Sind auch nur 20 unter euch, die Geduld haben, so sollen sie 200 überwältigen. Und sind 100 unter euch, so werden sie 1000 von denen überwältigen, die ungläubig sind, weil das ein Volk ist, das nicht begreift. Jetzt aber hat Allah euch eure Bürde erleichtert, denn er weiß, dass ihr schwach seid. Wenn also unter euch 100 sind, die Geduld haben, so sollen sie 200 überwältigen. Und wenn 1000 unter euch sind, so sollen sie 2000 mit der Erlaubnis Allahs überwältigen. Und Allah ist mit den Geduldigen. Einem Propheten geziemt es nicht, Gefangene zu behalten, sofern er nicht heftig auf dieser Erde gekämpft hat. Ihr wollt die Güter dieser Welt, Allah aber will für euch das Jenseits. Und Allah ist erhaben allweise. Wäre nicht schon eine Bestimmung von Allah dagewesen, so hätte euch gewiss eine schwere Strafe getroffen, um dessen Willen, was ihr euch genommen hattet. So esst von dem, was ihr erbeutet habt, soweit es erlaubt und gut ist. Und fürchtet Allah, wahrlich, Allah ist allvergebend barmherzig. O Prophet, sprich zu den Kriegsgefangenen, die in euren Händen sind. Erkennt Allah Gutes in euren Herzen, dann wird er euch etwas Besseres geben als das, was euch genommen wurde. Und wird euch vergeben. Denn Allah ist allvergebend barmherzig. Wenn sie aber Verrat an dir üben wollen, so haben sie schon zuvor an Allah Verrat geübt. Er aber gab dir Macht über sie und Allah ist allwissend, allweise. Wahrlich, diejenigen, die geglaubt haben und ausgewandert sind und mit ihrem Gut und ihrem Blut für Allahs Sache gekämpft haben und jene, die ihnen Herberge und Hilfe gaben, diese sind einander Freund. Für den Schutz derjenigen aber, die glaubten, jedoch nicht ausgewandert sind, seid ihr keineswegs verantwortlich, sofern sie nicht doch noch auswandern. Suchen sie aber eure Hilfe für den Glauben, dann ist das Helfen eure Pflicht. Es sei denn, sie bitten euch gegen ein Volk um Hilfe, zwischen dem und euch ein Bündnis besteht. Und Allah sieht euer Tun. Und die Ungläubigen, auch sie sind einander Beschützer. Wenn ihr das nicht tut, wird Verwirrung im Lande und gewaltiges Unheil entstehen. Und diejenigen, die geglaubt haben und ausgewandert sind und für Allahs Sache gekämpft haben und jene, die ihnen Herberge und Hilfe gaben, diese sind in der Tat wahre Gläubige. Ihnen wird Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung zuteil sein. Und die, welche hernach glauben und auswandern und für Allahs Sache an eurer Seite kämpfen werden, sie gehören zu euch. Doch die Blutsverwandten stehen im Buche Allahs einander am allernächsten. Wahrlich, Allah weiß wohl alle Dinge. Gott sei Dank. Und die